Der Silvesterorden ist der fünfthöchste Orden für Verdienste um die römisch-katholische Kirche. Er wird mittelbar vom Papst verliehen an Leihen für ihre besonderen Verdienste um die römisch-katholische Kirche und der katholischen Werke, Stiftung und Verleihung. Der heutige Silvesterorden wurde vermutlich von Papst Paul IV. im Jahre 1559 gegründet auf Grundlage des Ordens vom Goldenen Sporn. Die ernannten Iquizaurat Emilici erführten den Titel Latreranische Hoffalzgrafen. Diesen Titel durften die Nunzien bis 1815 verleihen. Der Orden wurde von Papst Pius VII. 1815 umgestaltet und am 31. Oktober 1841 von Papst Gregor XVI. erneuert, erweitert und umbenannt in Sankt Silvesterorden. Papst Pius X. erneuerte den Orden mit der Bulle Multumixitendos am 7. Februar 1905 wieder in Silvesterorden mit Bezug auf den heiligen Silvesteri und führte die Verleihung an Männer und an Frauen ein. Der Sankt Silvesterorden wurde als eigenständiger, nichtpäpstlicher Orden weitergeführt. Papst Johannes Paul II. führte am 2. Juni 1993 die heutigen Ordensklassen ein, Großkreuz Ritter und Großkreuz Dame, Kontur mit Stern und Konturdame mit Stern. Kontur, Ritter und Dame Der Orden des Papstes wird für besonderes ehrenamtliches Engagement in katholischen Institutionen und aufgrund persönlicher Verdienste verliehen. Er ist die höchste Auszeichnung des Heiligen Vaters, die dieser in alleiniger, souveräner Entscheidung an katholische Leinen vergibt. Die Insignien des Silvesterordens beruhen im Wesentlichen auf denen des Ordens vom Goldenen Sporn. Das Abzeichen zeigt auf einem achtzackigen, golden-weiß emaillierten Kreuz das Bild von Papst Silvester I. Der Orden wird an einem schwarzen, dreifach rot gerenderten Band getragen. Ursprünglich gab es den Orden in den Dreiklassen Ritter, Kontur und Großkreuz Ritter. Seit der Reform von 1905 wird er auch an Frauen vergeben. Außerdem wurde die Stufe Kontur mit Stern mit dunkelblauem Hintergrund im Mittelschild hinzugefügt, Stellung innerhalb der Rangordnung. In der Rangfolge der päpstlichen Verdienstorden und Ehrenzeichen rangiert der Silvesterorden auf dem fünften Rang zu den weiteren Ordenzählen. Christusorden, Orden vom Goldenen Sporn, Piusorden, Gregoriusorden, Silvesterorden, Proeckelciae Pontifais, Bene Merenti, Jerusalem Pilgerkreuz, Privilegien. Die Träger des Silvesterordens genießen folgende Privilegien. Sie haben das Recht, sich die Silvesteruniform schneidern zu lassen und sie zu tragen. Sie haben das Recht, sich das Silvesterschwert schmieden zu lassen und es zu tragen. Sie haben das Recht, auf einem Pferd die Treppen zum Petersdom hinauf zu reiten. Punkt. Träger. Großkreuz 1922 Fritz Anna Mayrowitsch, lettischer Politiker. 1953 Heinrich Gleisner, österreichischer Politiker. 1962 Franz Josef Strauß, deutscher Politiker. 1972 Adalbert Seyfrieds, deutscher Politiker. 1972 Willi Weyres, deutscher Architekt und Dombaumeister. 1976 Otto Linder, deutscher Architekt und Kirchenbaumeister. 1977 Oskar Fahni, deutscher Politiker. 1979 Leopold Graz, österreichischer Politiker. 1987 Engelbert Niebler, deutscher Jurist und Richter. 2002 Stefan Stuhli, großpolnischer Dirigent, Komponist und Chorgründer. 2005 Josef Püringer, österreichischer Politiker. Kontur mit Stern 1992 Albrecht Graf von Rechberg, deutscher Jurist, Leiter des Malteser Hilfsdienstes. 1998 Gerhard Schreiber, österreichischer Krippensammler und Forscher. 2007 Bernhard Kroll, deutscher Musiker und Komponist. 2007 Gertrud Fußnegger, österreichische Schriftstellerin. 2009 Johannes Freiherr-Heremann, deutscher Jurist, Präsident des Malteser Hilfsdienstes. 2010 Anton Pfeiffer, deutscher Politiker. 2012 Margarete Nigemeyer, deutsche Religionspädagogin. 2013 Lorenz Weinrich, deutscher Historiker. Kontur 1864 August Lenk von Wolfsberg, österreichischer Diplomat. 1953 Peter Rivatera Salantra, österreichischer Widerstandskämpfer. 1962 Erich Schulze, deutscher Medienrechtler. 1975 Franz Hitzel, deutscher Architekt. 1984 Ernst de Gasperi, österreichischer Künstler. 1997 Franz Pöckler, deutscher Erziehungswissenschaftler. 1999 Herbert Mattes, österreichischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker. 1999 Margarete Nigemeyer, deutsche Religionspädagogin. 2002 Paul Kirchhoff, deutscher Rechtswissenschaftler und Richter. 2002 Johannes Prochaska, österreichischer Politiker. 2003 Rudolf Kellermeyer, österreichischer Pädagoge und Kulturkritiker. 2005 Walter Eickmann, deutscher Pädagoge und Politiker. 2005 Erich Joost, deutscher Germanist und Medienfunktionär. 2009 Felix Stilz, deutscher Steuerberater und Schatzmeister des Freiburger Münsterbauvereins. 2010 Uwe Christian Haarer, österreichischer Musiker und Hochschullehrer. 2012 Baldur Hermanns, deutscher Historiker und katholischer Theologe. 2013 Erna Putz, österreichische Theologin. 2014 Awi Sirschmugl, österreichischer Offizier. Ritter, Dame 1873 Richard Jordan, österreichischer Architekt. 1874 Albert Milde, österreichischer Kunstschlosser. 1929 Friedrich Bokelmann, deutscher Elektrotechniker und Unternehmer. 1947 Eugen Vogt, Schweizer Prämoter der katholischen Laien- und Jugendbewegung. 1957 August Hoff, deutscher Kunsthistoriker. 1959 Hermann Geiger, Schweizer Gletscherpilot. 1965 Winko Zwitter, österreichischer Präsident des slowenisch-katholischen Arbeitskreises. 1968 Oskar Schindler, deutscher Unternehmer. 1968 Thomas Wex, deutscher Architekt. 1973 Franz D. Heid, deutscher Unternehmer und Landrat. 1976 Leo Ries, deutscher Lehrer, Schriftleiter der Paulinus. 1982 Fritz Ahrens, deutscher Kunsthistoriker. 1982 Hans Hössel, deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Passau. 1985 Friedrich Scheiner, österreichischer Schulleiter. 1987 Benedikt Posch, österreichischer Journalist und Verleger. 1995 Karl Manninger, deutscher Kirchenmaler. 1997 Wolfgang Führlinger, österreichischer Organist und Komponist. 1999 Max Tauch, deutscher Kunsthistoriker und Historiker. 2002 Hans Martin, deutscher Kirchenmusiker und Komponist. 2003 Winfried Lipscher, deutscher Theologe, Übersetzer und Publizist. 2003 Michael Wollenschläger, deutscher Rechtswissenschaftler. 2004 Karl Josef Schattner, deutscher Architekt und Jö Cäsaren Baumeister. 2004 Albines, deutscher Politiker. 2004 Winfried Böhm, deutscher Pädagoge und Hochschullehrer. 2004 Manfrede Maus, deutscher Unternehmer. 2004 Hubert Gindert, deutscher Ökonom, Kirchenfunktionär und Journalist. 2005 Robert Hammer Stiel, österreichischer Künstler. 2006 Franz Wieser, deutscher Politiker. 2006 Matthias Kreulz, deutscher Kirchenmusiker und Komponist. 2006 Edeltraud Gattera, österreichische Politikerin. 2007 Wilhelm Lüke, deutscher Politiker. 2008 Heinrich Beck, deutscher Philosoph und Hochschullehrer. 2008 Peter Pius J.L., deutscher Schauspieler und Regisseur. 2008 Paul Darm Jakob, deutscher Domorganist. 2008 Jan Oerding, Generalleutnant und Befehlshaber, Kommandooperative Führung, Eingreifkräfte. 2008 Karl Heinz Lehrer, deutscher General. 2009 Hanne Glotny, deutscher Medizinerin. 2009 Ferdinand Mühlbacher, österreichischer Chirurg. 2010 Richard Schmitz, österreichischer Politiker und Moderator. 2011 Peter Dimmel, österreichischer Bildhauer. 2011 Mechthild Löhr, deutsche Politikerin und Personalberaterin.